Der nächste Schritt nach dem Kauf einer Split-Lizenz ist der Erwerb eines Split-Vertrags. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Split-Vertrag mittels Ultima kaufen können. Melden Sie sich auf der DeFiU-Website an. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, sehen Sie eine Liste der zum Kauf verfügbaren Produkte. Um einen Split-Vertrag zu kaufen, gehen Sie zur Registerkarte Split Contracts. Wählen Sie den für Sie passenden Vertrag aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, eine Zahlungsart auszuwählen. Wählen Sie Ultima aus. Stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Im geöffneten Fenster werden der Betrag in Form von Ultima-Tokens und die Adresse der Wallet angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Die Adresse ist auch als QR-Code zum Senden einer Transaktion über die mobile Anwendung verfügbar. Zum Bezahlen senden Sie den notwendigen Betrag an die angegebene Wallet. Bitte senden Sie den genauen Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Warten Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung. Fertig! Sie haben einen Split-Vertrag gekauft. Nach dem Kauf eines Vertrags werden Sie sehen, dass sich die Werte im Widget-Split-License-Usage in Ihrem Dashboard geändert haben. Ich habe das gerade nicht mehr so zu sehen, dass sich die Werte im Widget-License-Urspel-Gaslet-License-Urspel br Mint. Die Werte im Widget-License-Urspel. Die Werte im Widget-License-Urspel-Split-License-Urspel. Vielen Dank.